Und herzlich willkommen zu einer kleinen Deathrun-Montage. Wir spielen heute mal ein bisschen in Garrys Mod Deathrun. Da oben ist ein Tübchen, der Knöpfchen drücken darf, damit wir hier in den Tod fallen. Alter, was soll? Wir fotzen! Feiget! Pfff! Schnapp! Wie du da zertrampelt wurdest von dem Spiel. Deathrun ist wundervoll. Deathrun is live! Deathrun is live! The Fab Cave! The Fab Game? The Fab Cave. Achso, The Fab Cave. Was ihr da runtergeladen habt? Ruf mich mal kurz zurück. Ich hab das aber gleich schon runtergeladen, ey. Immer diese komischen Leute, mit denen ich aufnehmen muss. Was, die nicht wissen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Oh Gott. Wie komm rein und Stoony guckt mich so richtig nervös an, so. Was? Was? Wie weit bin ich bitte geflogen? Was ist die Hölle? Na? Ey, 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 Dennis! Ey, Dennis! Wie du weggesprengt wurdest! Was? Oh, ich darf. Schön. Äh, wann bin ich? Ich spawne... Ich bin denn eh gespawnt. Achso. Das ist immer süß. Mann! Strike! Jawoll, Mann. Ich hab auch einfach alle an einem gekriegt. Zünd den Knaller! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das stimmt immer beim TNT. Guck mal, kein Kürbis. Nein, du bist dagegen. Achso, achso. Idiot. Wat? Ich soll hier in den Mindcard... Oh, oh Gott. Ich glaube, das ist mir auch passiert. Wie soll das denn gehen? Das war schon mal ein toller Ansatz. Das war gut. Mein Schnürsenkel ist offen. Schreibt jetzt alle in die Kommentare. Hashtag Janiks Schnürsenkel. Wenn ich nicht 20 Kommentare davon lese, dann lösche ich meinen YouTube-Kanal. Ich bin eine behinderte Kuh. Ich bin eine schöne Kuh. Neue Map, neue Map! Wer preiset den Herrn, preiset den Herrn! Hallo! Okay, ich höre auf. Okay. Du machst so einen richtig süßen Baby-Jump so. Leck! Leck! Sehr schön. Jawoll! Nein! Oh! Oh! Naja! Ja, Link, du musst warten. Ich wusste nicht, dass da ein Ventilator ist. Moment! Ahlala! Puh! Sag einmal so, Putz! Kleiner Schlag aufm Kopf, plupp! Puff! Jetzt gleich kommt der Schlag aufm Hinterkopf. Putz! Puff! Oh! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Oh fuck! Oh fuck! Oh! Pommes! Was? Da kam der Hinterkopfschlag. Was soll die Job spielen? Da kam der Hinterkopfschlag, alter. Ist Alex wieder oben, oder was? Äh... Vielleicht. Das kostet mich doch an, ich will doch oben. Juden!